Eine Kryptowährung, die gerade allen den Kopf verdreht. Partner von der Firma sind BMW, DB Schenker, Bayer, also viele bekannte große Firmen. Und zwar, um welche Punkte geht es überhaupt? Und zwar wirst du in der Zukunft nicht mehr dein Auto selber tanken, sondern du wirst an die Tankstelle heranfahren. Ein Geroboterarm wird dein Auto betanken und automatisch bezahlen. Das heißt, du musst nicht mal mehr aussteigen und alles ohne Kontakt des Männchens abgewickelt. Und plus, du wirst bald auch in den Geschäften, die C&A zum Beispiel, nicht mehr mit Visa oder Mastercats oder Barzahlen, sondern auch mit Kryptowährungen, weil, das war ein Grund, du wirst einfach sparen. Willst du wissen, wie die Kryptowährung heißt, welche Firmen hinter steckt und du willst bestimmt jetzt auch darin investieren, weil du merkst, es wird einfach nach vorne gehen, dann schreib mir einfach.